Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde und willkommen zur ARKLALALALALALALALALALALALL so, ich habe mir jetzt heute den SKumbug hier als Gast eingeladen, ne? hallo SKumbug! hallo! her, her, von und zu Rudy und wir haben jetzt vor der eigentlichen Aufnahme, mehr oder minder, schonmal alles reingefarmt, was wir so brauchen wir haben uns hier einiges, wir haben uns hier einen Vorrat an Medical Breath gemacht und so'n Scheiß das ich auch gefarmt hab Rudi hat auch gefarmt, ja, so, weil wir müssen ja, äh, gewonnen hat übrigens die Challenge, äh, wer hätte es gedacht, zu Fuß in den Sumpf und Plant-X holen, beziehungsweise zu Fuß im Sumpf Plant-X holen, das heißt, wir fahren da mit dem Raft gleich hin zum Sumpf und, äh, ja, werden dann in die Hölle gehen, allerdings, was wir noch vergessen haben vorzukraften, Rudi, äh, Flak-Rüstung, wir brauchen definitiv Flak-Rüstung, wir haben Metall und all so ein Bums rangeholt, damit wir uns hier, um nicht genug Metall für die Flak, holy shit, äh, ich hoffe, das reicht, ähm, ja, äh, ja, okay, das reicht, also schön vorgefarmt, damit wir uns hier alles möglichst zum Start direkt machen können, because, äh, das hat halt doch gut noch eine halbe Stunde ungefähr in Anspruch, äh, genommen und so, ne, und, äh, ja, ist halt nicht so geil zum Gucken, wenn jemand da die ganze Zeit einfach nur an Farmen ist. So, die Chitin packe ich hier auf Lager, und dann sollten wir so ziemlich, äh, auch schon ready to go sein, wenn wir das alles am Start haben. Oh, ein Metallschild wollte ich noch gemacht haben, das ist halt auch noch wichtig, ne? Oh, ich hoffe, ich habe keinen Overweight. Ach, scheiße, stimmt, Metallschild ist auch einfach Tonnen an Weight, ne? Guck mal, ob das bei dir fit geht. Ich kann mich nicht bewegen. Echt nicht? Also, ich kann nicht sprinten. Äh, gut, okay, wir haben das Weight-Problem gelöst beim Rudi, ich habe mir jetzt gerade noch ein Metallschild gemacht, ich würde dir ganz gerne auch eins machen, aber das kann es halt knicken, das wiegt 45. Ja, ja, ich brauche auch eins. So, ich finde, wir sind ganz gut gewappnet soweit, das müsste ganz, äh, gediegen sein, also, let's go auf zum Raft. Und übrigens, äh, Rudi ist natürlich jetzt das gleiche Level wie ich, ich habe das ja von vornherein gesagt, ich werde das Level der Gäste immer anpassen, an meins. Ähm, der Würfen wollte ist das letzte Mal nicht, der hatte da keine Lust drauf. Der Rudi natürlich auf jeden Fall, ne? So, von daher, äh, ne, wir fahren mal eine Runde mit dem Raft, das heißt, äh, ich würde sagen, wir machen uns kleinen, äh, Speed-Up, ne? Okay, ich würde sagen, hier begeben wir uns an Land. Lassen wir das Raft hier stehen, kapp mal die Leine. Hab ich. Okay, ich bin, äh, Ritter, ne? Schwert und Schild, easy. Ja. Gucken, wie das funktioniert. Oh, macht ein bisschen DMG, ist ganz praktisch. Full Tank, ähm, wo bist du, Rudi? Ich bin weitergelaufen. Na, Junge! Was denn? Wo bist du denn? Ey, Junge, so viel geworden. Psch, bleib bei mir, Mann. Aber warum bleibst du nicht bei mir? Du bist schlimmer als der Würfen. Ich habe beim Würfen, beim Würfen habe ich gesagt, yo, äh, oh, scheiße, es ist heiß hier, ne? Achte auf dein Leben, aber wir können ja gegenpotten. Ähm, ja, der Würfen ist halt perma vorgerannt und ich wollte eigentlich dem gesagt haben, so, ja, äh, ne, aufpassen und so, wegen, äh, Zeug und so. Aber egal, nicht die Pipi bei der Maluten und pass auf, da sind vielleicht Piranhas drin. Junge, was ist mit dir? Was denn? Wenn da Piranhas sind, bist du... Grab ich mich raus, jetzt mach dich mal locker, Alter, ich bin Survivor. Junge, es geht hier um meine Leben und auch um deine. Ja, deine sind ja eigentlich scheißegal, ich weiß, aber... Ja, und ich bin quasi, ich bin der Bear Grylls hier. Unter den, äh, Survivoren auf diesem Terror. Was bist du jetzt hin, da auf die Insel, oder was? Ja, normal. Okay, ich komme. Pass auf, Kevin, da sind vielleicht Piranhas drin. Halt die Schnauze! Okay, kommen wir jetzt bitte das Tempo ein bisschen da, Schlange! Äh, Schlange. Schieß in den Kopf. Ich hab gemisst. Oh, noll, man hat hier gar kein Cross there. Nein, hat man nicht. Du bist tot. Äh, ja, also wenn dich so eine Schlange beißt, bist du wahrscheinlich instant Knockout, ne? Lass mal nach da links gehen, da könnte ganz gut was sein. Äh, siehst du irgendwo was? Was denn? Ja, Pflanze X! Oh, hier, 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 hier! Loh! Ja, und dann direkt wieder... Ha, Barry, ho nix! Barry, ho nix! Vorsicht! Oh, Alter! Direkt vor mir, ich versuche ihn zu bohlen. Kann man den nicht bollern, doch. Doch, ich hab daneben gebollert. Komm schon! Ja, okay. Shoot him! Alter, da kriege ich Ark of Small 1 Flashbacks, ey. Junge, was mit dem? Der tankt ja des Todes rein. Ja, aber der geht jetzt down. Der will 36? Okay, ähm... Helamed? Hier, ich krieg aber keine. Ich hab nur eine bekommen, lol. Was? Er reicht ja. Ah, Schlange! Du wirst angegriffen, Kim. Er schießt es, wo ist es? Ich hab zwei Hits von dir gekriegt. Ich auch, aber mein Torpor geht langsam hoch. Ich will die erst killen. Ich hab eins bekommen. Ja, 20. Also die Challenge war, Plant X aus dem Sumpf holen, aber da hatte ihn dann jemand nochmal ergänzt. Lol, was? Okay, jetzt hab ich 60, 90 bekommen. Ja, okay, dann ciao. Okay. Okay, das war einfacher als gedacht. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach wird. Joa, plus ein Leben. Ich würde sagen, wir looten drei Pflanze X, ja? Wir müssen drei Stück looten. Stocht mal nicht so nach vorne. Wieso ist das lame? Ja, weil das auch einfach komplett leicht ist. Sagst du jetzt? Kannst du mal auf in den Kreis zu rennen? Ich bin so unterfordert. Ich renne nicht im Kreis, ich renne hier lang. Ich wünsche dir den Kaprosurus an, Arsch. Aber sowas von gerade, ne? Let's shoot the Crackadale. Der hat sich nämlich aggro... Nein, der hat mich aggro. Ja, wegen der, das war ich auch die Pflanze. Nee! Ich komme. Hör auf, mich zu antimaten. Ich seh es nicht, wo ist es? Da. Junge, das ist ja komplett... Das ist ja nur Scheiße. Warum? Ja, ohne Crosshair. Stell dich mal nicht so an. Mach jetzt das Scope ab, Alter. Ja, dann mach das Scope ab. Ist mir doch egal, Junge. Du bist so eine Heulsuse, ey. Let's go. Warum bist du eigentlich der, der den Weg angibt? Bin ich gar nicht. Kano! Ja. Erschieß ihn. Kann man nicht, ne? Kann man nicht bowlern, Junge. Hab ich vergessen. Ich hab dreimal gemisst, Rudi. Nicht im Ernst. Doch, doch. Das ist ein Witz, oder? Hab schon wieder gemisst. Kevin. Ist tot. Ja, weil ich ihn getötet habe. Ich hab jeden Schuss getroffen, du Affe. Ich wollte dir nur Angst machen, weil du so hochnäßig bist. Hast du aber nicht. Nee, hab ich nicht. Du hast auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Willst du den nicht lieber umbringen? Nee, warum sollte ich? Weil ich ein Ohr! Jetzt hast du ihn aggro, ne? Da waren zwei. Ich hab den falschen gesehen, Mann. Ja, jetzt hat's mich aggro, der Wichser. Hab's gebohlert, ich hab's gebohlert, ich hab's gebohlert. Noch eins, noch eins! Ich komme. Hat ein Headshot. Ich box ihn. Huh! Der war 76. War auch komplett leicht. Ja, vielleicht war drei Pflanze-X-Looten ein bisschen hoch angesetzt. Ja, aber eine war ja viel zu einfach. Ja, das stimmt. Also machen wir einfach tatsächlich dann einfach drei und fertig. Da hast du Krokodil. Wir müssen aber auf jeden Fall tiefer in den Sumpf rein. Ich glaube, so außerhalb werden wir nichts finden, ne? Hier, das ist halt so eine Ecke. Hier will ich ungern rein. Weil das ist so tief, dass hier bestimmt übelst viele Piranhas drin sind. Ach, kratsch. Mal da vorne in die Mitte mal rein. Ja. Okay, let's go. Jump around. Ja. Das ist ein bisschen tief. Du bist direkt hinter dich gefangen. Oh, loil, Piranha. Oh, loil, Piranhas. Lauf, 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 lauf. Was für Lauf? Ich stuck, ich stuck, ich stuck. Und hier ist eine Schlange im Wasser. Geh an den Land, geh an den Land, geh an den Land. Ja, ich helfe dir. Wo bist du? Ich bin raus, ich bin raus. Aber die Schlange muss weg. Ich denke, du stuckst. Ja, ich bin... Warte, Schlange ist tot. Ich bin gegen die Schlange geschwommen und die hat mich im Wasser geblockt. Noch eine, noch eine. Ich fall gleich um. Ich fall gleich um. Ah, nein. Stimmt's. Nein, ich bin down. Ich bin gef... Ich bin am Schlafen. Hast du die gekillt? Oh, oh. Nö, aber ich hab keinen Helm mehr. Ist das gut? Die beißt mich. Alter, die tankt dich. Kill sie, kill sie. Oh, Gott, bless. Siehst du, kaum gehen wir durchs Wasser, passiert so eine Scheiße. Was ist denn passiert? Zieh mich mal aus dem Wasser raus, Mann. Als ob du nicht fand... Oh, ich lieg jetzt auf. Alt. Ja, sechs, eine halbe Stunde später. Ah, ja, super. Jetzt hast du es, jetzt ist es dunkel. GG, gut gemacht. Ja, jetzt wird es spannend. Ja, ist ja nicht so, als waren wir bei den Knockout gerade, ne? Im Sumpf. Ich will... Spannend bewirrt. Ja, jetzt ist hier Feeling, kommt hier jetzt auf. Wir machen jetzt einen Sprint darüber, ja? Oh, rüber. In die Richtung. Siehst du, irgendwo Pflanze X haben. Ne, ich will auch eine Fackel haben, so. Wo finden wir denn jetzt nochmal so eine Scheißpflanze? Ich finde, also, bei Nacht ist es halt auch sauschwer, die zu entziffern, also auswendig zu machen, so, ne? Äh, lauf, 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 lauf. Ja, äh, ja, 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 ja. Zu mir, zu mir. Ich kann dir da gerade nicht helfen. Warum soll ich denn zu dir laufen? Weil es hier safe ist. Also, relativ safe. Hier ist eine gerade... Hier ist alles verplanen. Hier siehst du, was los ist. Da, wo du standst, da waren wieder Bäume und so. Da hätte ich gar nicht sehen können, was los ist überhaupt. Ja, es ist... Schlange links. Das Ding ist, der einzige... Da, Pflanze X, direkt hinter uns. Wir müssen die Schlangen hier clearn. Schieß du mal, ich mach Licht. Ja, okay. Achto, ne, komm mal mit, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Die Kokonide kommen von hinten. Oh. Hier lang, hier lang, hier lang. Okay. Äh, Kapro. Äh. Das Licht ist aus und Kaprosuchus, ich muss das bohlen. Ich bin tot. Jupp. Aber das ist geil, jetzt ist meine Werbung eingeblendet. So, du kannst respawnen. Aha, ich hab die Pflanze X gefunden, Rudi. Das heißt, hier in der Nähe muss dein Back irgendwo sein. Ich loote die mal gerade direkt. Dann brauchen wir noch eine. Da. Perfekt. Geil. Aber war gar nicht am Rand des Wassers. Das wusste ich doch, das war auch so im seichten Gebiet hier. So, wir gehen einfach mal hier hinten hoch. Und gucken dann von da oben. Vielleicht können wir da über den Sumpf ein bisschen überblicken. Und dann sehen wir vielleicht eine Pflanze X, genau. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, ja. Ja, tatsächlich sieht man die ja ganz gut. Oh, Wahnsinn. Ja, ja, man. Moment, guck mal hier. Da ist eine. Da ist eine. Da hinten ist eine. Welche nehmen wir denn, Kevin? Ich sehe drei Stück von hier. Du Lüger. Mindestens. Nein, nein. Guck, da hinten ist eine. Wo? Da vorne ist eine. Ja, unter dem Blätterwerk. Hä, ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier nur Blätter. Ja, dann ist ja gut, dass wir hochgegangen sind, um den Sumpf zu überblicken. Ja, sorry. Könnte ja sein, dass man vielleicht ein bisschen was sieht, Mann. Ja, und pass auf, wir gambeln's jetzt. Wir gambeln, bedeutet, gambeln ist der gute Ausdruck. Let's go. Oh, Kapo. Hau ab. Nein, er hat mich. Oh, ich komme zurück. Ich kann ihn nicht bodern, weil er... Ah! Weg, 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 weg! Uff! Ich ne... Ah! Piranhas, ja! Alter, ich muss nur gerade einen neuen Helm machen. Moment. Und den restlichen Stuff reparieren. Scheiße, Mann. Wo bist denn du jetzt, Mann? Ja, ich bin hier so in den Sumpf reingeladen. Ja, gut. Ich stehe hier auf einer Insel. Um mich herum ist Sumpf. Ja, in die Richtung, in die wir geflogen sind. Ich weiß nicht mehr, welche das ist. Ja, geradeaus. Also einfach da... Du hast doch gesehen, von wo ich eben kam. Ja, schön. Ich habe mich einmal geredet, weil es nicht mehr, wo es ist. Boah, Junge, du bist... Oh, ich komme wieder zurück. Du bist halt überhaupt keine Hilfe, Mann. Du bist halt eher ein Anker. Nee, das kann doch nicht. Ich sehe dich, sehe dich, sehe dich. Ja, ich sage dich. Ich komme zu dir. Ja, ich wusste, wo du bist. So, wo... Das war einfach tatsächlich extrem. Ja, ich will dir ja zeigen, wo ich hergelaufen bin. Ja, ich will das gar nicht wissen. Ich will ja weitergehen. Wo bist du denn? Hinter dir. Okay. Wir gehen jetzt hier lang, komm. Ja, komm. Hier rüber. Das ist so ungefähr die Richtung, wo wir herkommen. Aber wir müssten halt... Na, fuck. Wir müssen auf die andere Seite des Flusses, weil auf der waren wir, glaube ich, schon, oder? Sag jetzt nicht. Du bist davon ausgegangen, ich laufe dir hinterher. Doch, Alter. Ich bin davon ausgegangen, du läufst mir hinterher. Nein, komm zurück, wo du gerade warst. Komm zurück, wo du gerade warst. Aber du willst da jetzt wieder Richtung Ausgang. Nein. Du weißt überhaupt nicht, wo wir... Nein. Nein. Ah. No, no, no. Aber ich sehe deinen Back. Well played. So viel zu Anker, du Pisser. Wer ist hier der Anker? Ja, vielleicht nicht ganz. Wo ist mein Back? Hier, wo ich stehe. Ich dachte gerade, du popcornst mich. Oh, aber ja. Ah, was, 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 was? Fliegende Kacke. Ah! Lauf, lauf. Oh, du Dummkopf. Weil du die Blume gefressen hast, du Dulli. Hä? Die macht alle Tierargo auf dich. Hä? Ich dachte, die macht einfach nur, dass man so aussieht wie ein Superstar. Nein, 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 nein. Du hast Glück, die fighten sich gegenseitig. Alles gut. Lass die Blume ausgehen und gut ist. Okay, pass auf, wir gehen jetzt hier. Genau in die Richtung will ich auch. Ja, in die Richtung war ich eben eine Stunde unterwegs. Da muss ich ja noch zurückkommen. Ja, sorry. Und ich sag jetzt nur sorry, damit du die Fresse hältst. Ist mir egal. Entschuldigung ist Entschuldigung. Machen wir mal kurz Pause, ich habe kein Stimme noch mehr. Na gut. Mir ist auch nicht danach die ganze Zeit Schlange. Achtung. Nicht danach die ganze Zeit Stimberries zu fass. Oh, shit. Ich habe mich gehiltet einmal. Ich habe zwei Schlangen. Ja, ich habe sie getötet. Wo ist die andere? Ich habe zwei Schlangen. Ich liege. Wo ist die andere? Oh, da. Ja, dabei läuft auf mich zu. Du hast daneben geschlafen. Ich habe getroffen, aber ich habe auf dem... Lass du nicht. Doch. Junge, die Kugel ist ein Meter daneben eigentlich. Dann hast du es genau gesehen. Das ist viel schlimmer, was hier sonst... Mich greift noch was an. Ja, die los. Ohne Ende, die los. Aber egal, wir wissen ja, wo mein Berg ist. Junge, wie viele sind hier? Alle. Ja, really. Ja, aber du hast das recht. Der Sumpf ist wirklich groß. Ja, ich bin tot. Junge. For real? Ja, Mann. Das waren sechs Dilos oder so. Ja, warum bist du nicht erstmal weggelaufen? Weil ich dachte, ich kill die. Ah! Oh, maßlos überschätzt. Ja. Und es wurden immer mehr. Aber es ist kein Ding. Wir werden einfach geboren. Merk dir, wo das X ist auf der Karte. Glaubst du, wir kommen da lebend hin? Wir sind beide tot. Glaubst du, wir kommen da lebend dran? Ja, safe. Ich lauf da jetzt hin. Aber es ist jetzt gerade... Boah, du baitest mich so ins... In den Spaß rein. Ne, nicht in den Spaß. Eben nicht irgendein Gegenteil von Spaß. So einfach einen auf voll risky jetzt hier zu machen. Das ist überhaupt kein Spaß, Mann. Das ist Man-Mount und so spiel ich das. Ja, supergeil. Dir können auch die Leben egal sein, du Trulle. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, natürlich. Sind die mega wichtig. Sind die überhaupt nicht. Sonst würdest du nicht nackt durch den Sumpf rennen. Ich brauche halt die Challenge. Und wenn die Leute halt so eine Easy-Challenge machen, wie geht den Sumpf, holt Plant X. Ey, Junge, da habe ich nicht mal einen Hit gekriegt, als wir die erste Plant X hatten. Ja, jetzt haben wir es um drei erhöht. Dafür will ich aber auch zwei Leben dann haben, wenn wir das geschafft haben. Ne. Doch. Ne, du kannst die Regeln nicht machen, wie es dir passt. Hä, natürlich, ist das mein Format? Ja, aber nur weil du jetzt hier doppelt reingeintet hast, kannst du dir nicht zwei Leben geben. Lol, Alter, dann stirbst du ja nicht. Ja, doch. Ich sterbe ja offensichtlich, lol. Ja, aber irgendwann muss das Projekt ja auch mal ein Ende finden. Ja, aber nicht nach sechs Folgen, Junge. Das ist ja cheat, wenn du sagst, du kriegst jetzt zwei Leben für eine Challenge. Ne, ist nicht. Du hast vorher die Regeln aufgestellt. Ne, hallo. Ein Leben für eine Challenge. Ah, Rapettor. Siehst du? Genau das meinte ich nämlich. Ja, tschüss. Und das passiert an Land. Wenn ich im Sumpf wäre, wäre nichts passiert. Ich würde sogar dazu tendieren, mir drei Leben zu geben. Für jede Plantix, die wir holen, eine. Wir haben aus einer komplett geschenkten Challenge, haben wir eine Challenge gemacht. Ja. Dafür gibt es halt ein Leben. Ah, nö. Das ist ja. Ich habe den Loot gefunden. Jetzt fähre Brett spawnen. So, kannst spawnen. Und das ist jetzt dein Zeug, was ich hier habe. Aber das benutze ich jetzt gerade, um an meins ranzukommen. Hast du mich? Ja, lass meinen liegen. Komm hier, komm hier. Ich droppe all deins und du nimmst meins. Okay, und jetzt lass uns mal die letzte Pflanze X irgendwie finden. Alles klar, er hat alle Blood Packs jetzt. Ja, ich gebe dir hier welche. Komm jetzt her. Hier, du kriegst die Hälfte. Da, zack, zack. Jetzt komm, lass dich hier abhauen. Ich habe drei Bolas. Ich habe dir, ja, ich gebe dir halt noch Bolas. Warte, hier. Ich habe von ursprünglich 25 Heildinger. Ich habe dir von allem, ich habe dir von den Blood Packs und von den Medical Brews habe ich dir genau die Hälfte gesehen, gegeben. Kannst du gerne nachgucken. Ja, kannst du ja machen. Oh, ah, ich glaube, ich weiß hier aber, wo es eine Stelle gibt. Oh, oh, oh. Raptor, 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 Raptor. Raab ganz viele. Zwei, einer hat es gewohnt. Einer hat mich gezogen. Deh. Okay. Er schießt den anderen. Oh, ich habe dann eben geschlossen. Schlange. Ja, gut, die können wir ja einfach outen. Da musst du ja nicht mal rennen, für das Zweischland hier zu töten. Ja, aber wir müssen ja wieder in den Sumpf rein, dann haben wir das Problem ja wieder. Guck mal, hinter dir ist ein Scheiß-Wie-Pferd. Ja, die sind auch aggro, wenn man es nur noch angeht, ne? Lass in die Höhle, oder? Wozu? Da gibt es doch kein Blatt-X. Was bist du so aggressiv eigentlich? Ja, es geht mir auf den Sack, dass es mich hier alles umbringen will. Alles eine. Ja, lass mal hier hoch. Oh Gott, ich nehme jetzt eine Scheiß-Grippling-Hook. So ein Bumms, ey. Ich würde sagen, wir fliegen in Richtung grüner Drop da, ne? Aha. Einfach rein. Grüner Drop. Einfach rein, das ist eine gute Idee. Kommst du mit? Ja, das ist halt, du weißt, wenn du tot bist, bist du raus, ne? Ja, ich weiß. Aber wir sterben einfach nicht. Wenn du lauerst eine Scheiße, lass da rechts an Land fliegen, neben dem. Pass auf, warte, ich fliege vor, hier in die Richtung. Ja, mitten rein finden wir mit höherer Wahrscheinlichkeit Planet X. Oh, es wird dunkel. Habst du eine Fackel? Ich hab eine Fackel. Easy, Kevin, guck mal. Du findest mich. Ja, ich sehe, wie du da rum eierst. Alter, ey. Boah, ich kann von hier oben, ey, fliegen macht vielleicht echt Sinn, weil ich kann von hier auch voll gut sehen, ob hier Planet X irgendwo sind. Are you serious? Ja, Kapro hinter dir. Ja. Kriegst du das hin? Ja, wenn ich nicht schwimmen muss, dann ja. Ich bin, ja, Boah, wenn du kannst. Ich bin halt leider ein ganzes Stück weg von dir. Hab hier noch... Weil Nicole nicht gefollowed bist. Noch ein Explorer. Pflanze X, Pflanze X, Pflanze X, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich muss doch gar nicht zu dir kommen. Ja, aber wir wollen ja wieder zurück. Na gut, okay, ich komme. Uff, geschafft. Geschafft. Einfachste Challenge, Mensch. Halt dein Maul. Wir gehen jetzt hier durchs Wasser durch. Ja, Piranhas gibt es hier nicht in der Ark. Zum Glück. Du bist halt auch, du hast halt mehr Glück als Verstand. Ohne Scheiß, du springst die ganze Zeit ins Wasser und da hast du nie... Ah! Das ist Schwino! Deswegen gibt es hier keine Piranhas. Ja, ja. Okay, wenn das nicht mal fun war. So, wir sind zurück beim Raft. Challenge geschafft. Ja, war übrigens mega fun, Rudi. Dankeschön. War auch eine klasse Idee, das schwieriger zu machen und zu sagen, wir sammeln direkt, wir müssen drei Pflanzen sammeln. Ich bin übrigens dafür, dass es gibt drei Leben, ja, für jede Pflanze eins. Das war deine Idee. Ich bin dafür, es gibt absolut ein Leben nur. Ich mach einfach eine Abstimmung. Jungs, Mädels, drei Leben oder einen. Ja, stimmt einfach ab. Stimmt ab. Ich bin dafür, dass es drei Leben, wir haben es dreimal so schwer gemacht und es hat drei Nächte gedauert, bis wir die Scheiße durch hatten. Wir haben zwei Stunden aufgenommen. Wir haben zwei Stunden aufgenommen dafür. Du hast dich einfach unnormal low angestellt, da kann ich nichts für und die Zuschauer auch. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö.